Hallo Leute, ich war mal wieder unterwegs, um schöne Fotos zu machen. Das Bild, was ich euch zeigen möchte, das habe ich letztes Jahr im Herbst aufgenommen. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich habe das von einem Aussichtspunkt ausgemacht, vom Theresienstein. Und da kann man eben schön aus die Ludwigstraße hochschauen. Man sieht dann dort auch schön das Rathaus und die Michaeliskirche. Zu den Einstellungen, ich habe also die Zeitautomatik verwendet, ein 350 Stil Sekunde, Blende 7,1. Deswegen, weil ich auch die Einrahmung, also die Bäume links und rechts, wollte ich scharf abbilden. Der Iso-Wert stand wie immer oder fast immer auf 100. Und die Brennweite war in dem Fall ein 76 Millimeter. Aber ihr wisst ja, es gibt den Group-Faktor, die Umrechnung von ABS-C auf Vollformat. Das wäre also umgerechnet Vollformat 120 Millimeter. Ich habe die Aufnahme leicht unterbelichtet, dass der Himmel also stärker zur Geltung kommt. Also schaut euch das Foto an. Es ist recht stimmungsvoll, wie ich finde. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Like und abonniert bitte meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.